Moin zusammen, moin, herzlich willkommen zurück zu Kreeds. Heute mal mit einer etwas kürzeren Aufnahme. Ist ein bisschen stressig alles im Moment. So, wir haben hier ein Minispiel. Was erwartet uns denn hier? Fischen. Okay, mit rechts und links. Ah, da können wir den Winkel verändern und mit Space. Vorwärts, ja, okay, gut, ja, alles klar. Also, das Ganze jetzt auch rückwärts. Er zeigt uns, was wir machen sollen. Okay, wir sollen den Durchlauf durchschwimmen, okay. Ne, Space. So, haben wir geschafft, jawohl. Bis jetzt. Oh, da durchspringen, okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. So. Nein, das war zu kurz gesprungen, okay. Ne, wir müssen schon ein paar weiter unten kommen. Gut, so. Ein bisschen weiter hierher. Ticken weiter da hin. Und dann jetzt können wir hier noch nicht den richtigen Winkel. Na, zu kurz. Na, wir kriegen das hin. So. Jetzt, das könnte funktionieren. Ui. Na, oh. Mensch. Okay. Pff. Das passt. Juhu. Oh, planten. Hey. Was? Ernsthaft? Hops. Aua. Das war nicht gut. Geradeaus hoch ist wahrscheinlich auch keine shorte Idee. Aber super Salto. Hey. Ein Doppelsalto sogar. Okay, ich geh mal ein bisschen weiter nach da runter. Jetzt. Zapp, zapp, zapp. Jopp, 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 jopp. Ups. Naja. Ein bisschen aufklatscht. Aber geht schon. Alles? Doch. Oh. Ernsthaft? Ja, nein, nein, nein. Aber so gerade eben. Was möchte ich jetzt? Hä? Den Ball da drücken? Ernsthaft? Na klar. Wieso auch nicht? Nee, das geht nicht. Okay, ist ein bisschen wie Billard hier jetzt. Ein bisschen mehr an Schwung. Wie kann das funktionieren? Ja, das war ja schon ganz spitze. Ja, 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 ja. Hey, Achievement. Komm, schwimm mit den Fischen. Na, Best Buddies? Yo, Best Buddies. Alles klar. Der mit den Forellenschwamm. Schön. Okay, gut. Ja, herrlich. Hier müssen wir runter, oder? War das hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind mal nicht von rechts. Oh, ich bin mir nicht sicher. Sind wir von hier gekommen, oder? Nee, das sieht gut aus. Was ist jetzt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hallo. Ciao. Ah, hi. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Alter. Lauf, 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 lauf. Hier geht's nicht weiter. Schau, mein Geleister. Hier geht's nicht weiter. Wir können Kumpels sein. Das können wir doch alles ausdiskutieren. Alter. Du hast mein Gehoch. Oh. Was ist das? Unsere Kumpels. Hey, Jungs. Ah. Hey, woher ist die hier in Gefahr? Okay. Was? Hier, der Aufzug. Bitte. Ja, danke, danke, danke. Nee, nee, nee. Jetzt komm, schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm, 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 komm. Nein. 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 Komm, du schaffst das. Oh, meine Güte. Oh, nein. Oh, nein. Na, geh hinterher. Sie hat sich erst für dieses Vieh eingesetzt und jetzt das. Nanu? Oh, wo sind wir denn hier? Guck mal, ein Garten. Eine Bank. Das ist beleuchtet. Wo ist hin? Hä? Was? Ein riesiges Hamsterrad. Ist da das Vieh ausgebrochen? Echt, kann das sein? Aufzug, der Aufzug kommt. Was ist hin? Sie war cool. Da ist sie. Und da, sie hat sogar ein Modell gebaut. Aber warum? Warum? Was sind das hier alles für? Haben die dieses Vieh gebaut? Ja, guck mal. Das große Hamsterrad. Sie wollten wohl einfach nur Energie produzieren. Oh. Oh, okay. Hä? Da kommt jemand. Aber wieso haben sie dieses Vieh gebaut? Hallo? Du hast eine Idee. Äh. Okay. Was? Achter, liebe Zeit. Äh. Äh. Was geht hier vor sich? Was machst du da? Was? Wird das? Eine Art Waffe? Wir müssen es tun. Äh. Wir müssen mit. Okay, Asuka. Äh. Geht das auch klar? Ja, ja. Ich komm schon. Weißt du was? Ich würd mich gerne mal... Geht's hier gut? Hm. Ich würd mich gerne hier mal umsehen. Aber mitnehmen können wir in diesem Spiel bisher noch gar nichts. Guck mal, da sind die Leuchten. Die Werkbank. Ja, wir kommen mal. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Okay. Gut. Alles klar. Ein Fahrrad dort in der Ecke. Sehr witzig. Moin. Na? Okay. Ich komm mal. So. Und was jetzt? Was hast du vor? Das Hamsterrad hier. Ja. Das Hamsterrad. Okay. Bist du gar nicht mehr traurig? Ja, ja. Ich komm. Ja. Okay. Alles klar. Was immer du vorhast, ich folge dir. Ja. Wir kriegen das schon hin. Was? Nach unten? Oh, noch weiter nach unten. Okay. Und jetzt? Ja. Er nimmt. Aber ich hab keine Ahnung, was wir tun sollten. Das schwebt. Sind wir sicher? Ja. Sollten wir nicht erstmal gucken, ob das Vieh in der Nähe ist. Okay. Kaputt. Nicht auf den Kopf treten. Ja. Und im Meeresgrund. Oh, du liebe Zeit. Hör mal, wenn hier das Vieh drauf tritt, dann hab ich aber echt schlechte Karten. So, was jetzt? Hm. Okay. Der Schalter ist für die Tür. Das ist eher okay. Äh. Oh, seid bloß vorsichtig. Nee. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich hab sie. Ach. Ja, ja. Alles klar. Und die Tür geht auf. Cool. Ja, komm. Dann lass uns weitergehen. Und was? Nein. Tiefer Abgrund. Nein. Rette dich da auf den... Ja, okay. Ah. Und jetzt? Was? Wir sollen weitergehen? Aber wir können dich doch hier nicht einfach zurücklassen. Äh. Ich bring's in Ordnung. Okay. Zack. Bist du okay? Geht's dir gut? Ah. Ich komme zurück. Ja, ja, ja. Ich komme zurück. So. Runter, runter, runter. Immer tiefer in die Kanalisation unter dem Meeresgrund. So. Was haben wir denn hier? Okay. Da oben ist wieder so ein grünes Dingsbums. Hier haben wir Räder. Okay. Wo müssen wir denn hin? Können wir mit den Rädern was machen? Da ist ein Schalter. Hier geht's nicht weiter. Was können wir da machen? Ah, okay. Das war ja super. Muss ich etwa hier oben stehen? Ah, okay. Ah, jetzt. Hallo. Hallo. Hallo in der Fall in Brüssel. Das ist gut. Okay. Ach, hier. Guck mal. Ja, das ist cool. Schalter. Und da gehen wir im Roboter hinten drauf. Das ist super. Zack. Zack. Guck, guck, hier bin ich. Guck, guck. Er kann sich nicht bewegen, wenn er Messerspeier ist. Nein. Na? So, machen wir weiter. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Messerspeier. Ja, cool. Und jetzt kommt hier so ein Gedingsel. Okay. Okay. Was haben wir denn da? Oh. Ein Kopfhüber. Na. Spä... Ja. Das ist eine coole Idee für ein Foto. Ja, für ein Selfie. Ja. Okay. Hat er schon mal hier mal probiert? Hat er das schon mal gemacht? Weiß ich nicht, ob das so gut ist. So. Zack. Okay, da ist wieder dieses grüne Ding. Oh, nee. Moin. Okay, vielleicht ist er hier. Hallo. So. Okay, jetzt kann ich da drüber gehen. Wofür ist der Schalter? Okay. Aber weiter kann ich ja nicht gehen, ne? Nee, hier ist ja noch zu. So, das ist cool. Aber da bringt jetzt gar nichts. Und jetzt geht das Licht aus, ja. Wofür war das jetzt gut? So. Okay, wir beide dürfen uns nicht begegnen. Nein, wir beide sollten uns lieber nicht begegnen. Okay. Das reicht aber noch nicht. Ich nehme mal jetzt für dich das Wasser. Und? Ja. Jeden Tod gestorben. Super. Okay. Lass es uns nochmal eingehen. So. Das ist super. Ja. Warte mal, was bist du denn eigentlich? Wenn das Wasser da rumläuft? Da geht die Lampe an. Bringt das was? Wir müssen irgendwie auf die Leiter dahin kommen, ne? Und ich nehme mal an, das Vieh müssen wir dort einsperren. Okay, so. Boom. Nee, das bin gar nichts. Hi. Hi. So, wenn ich jetzt hier rüber springe. So, da bin ich. So, war zu gut. Dann können wir gleich schon wieder rüberfließen. So, der bitte nach unten gehen. Und jetzt? Ja, wir sind klar, der Ständer. Was mache ich jetzt? Hier geht's nicht weiter. Da auch nicht. Ich muss das nicht... Ich muss sie irgendwie dazu bringen. Diese Gestalt irgendwie dazu bringen. So, jetzt geht sie in die falsche Richtung. Ich glaube, ich setze sie noch mal fest. So. Okay. Alles klar. Jetzt gehe ich mal da rüber. Und dann wollen wir mal sehen. Wir brauchen halt mehr Abstand, ne? Okay. Ja, ja. Das ist schon gut. Wie kriege ich das hin? Hallo? Nee. Nee, nee, nee. Nicht aufeinander zu. Äh, ja, ja, ich weiß. Maul. Wenn's Licht. Ja. Das bringt nichts, ne? Ich muss das Vieh irgendwie weiter rüberbringen. So. Will ich hier mal verspüren? Ja. Aus. Ah. Ja, lacht du nur. Also mal auf. So hau ich jetzt hier ab. Ja. Zack und weg. Runter, 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 runter. So. Runter, runter, runter. Bums. Ach du liebe Zeit, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ah. Und wieder so ein Vieh. Na toll. Okay. Gut. Und das würde ich bitte erst in der nächsten Folge machen wollen. Da ist hier irgendwas mit Zahnschaltung. Spitze. Nee, das geht nicht. Okay, das würde ich bitte erst in der nächsten Folge machen wollen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wartet. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Auf wie es geht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020